Also, das ist ungefähr die Zeit von Caravaggio, 16. Jahrhundert. Ja, ist eine der bekanntesten Frauen, die gemalt haben. Sie hat das Motiv ganz oft gemalt. Judith enthauptet Holofernes. Und können wir mal gucken. Ja, sie hat das immer wieder, immer wieder gemalt. So, und jetzt in unserem Stück, Attila sagt, diese Rächerin der Italiener, sagt, ich werde dem Attila den Kopf abhauen, wie die Judith dem Holofernes. Und deswegen machen wir, bis am Anfang, diese Szene, spielen wir zur Overtüre. Das gibt's am Mainz Vorspiel. Und ihr seid die drei. Holofernes, Judith, Dienerin. So, und jetzt probieren wir das einfach mal, okay? Okay. So, und jetzt probieren wir das einfach mal. 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 Musik 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 Musik